Ich habe eine natürliche Hellline genommen, man kann das auch so kastenförmig machen, das sieht aber super unnatürlich aus. Früher hatte ich auch die Seite ein bisschen höher, die gucken, wo der Stirnmuskel lang geht, dass das so ist, wie früher einfach, dass die Stirn ganz natürlich ist. Sobald hier hinten was ausfällt, meine ganze Familie hat Haarausfall, also mütterlicherseits, Opa, Onkel, alles, aber väterlicherseits auch volles Rohr. Da hat jeder mit 25 schon eine komplette Platte gehabt, da bin ich noch ganz gut aufgestellt. Wenn die Dinger ausfallen, mache ich Glatze. Vielleicht habe ich in zwei Jahren eine Glatze, vielleicht erst in sechs Jahren, sehen wir dann. Aber nochmal ein paar Jährchen mit Haare. Ich habe auch gesagt, ich mache eine, weil meine Freundin sich das auch sehr gewünscht hat. Wir heiraten ja 25, da sind dann die Haare wieder in voller Pracht.